Haben Sie keine aktuelleren Fotos? Nein. Will ich? Nein, danke. Auf dem Bild wirken Sie beide sehr... Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette, du kleiner Büchser.